Hallöchen, Popöchen, hab ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Da sind wir wieder. Ich bin kalt an meiner Seite ist... ...geklaut. Jaja, klar. Der Spruch ist geklaut. Ja. Gut. Wir sind jetzt auch die, die sich drüber aufregen. Ja. Passieren eigene Münzen? Du musst von einer Münze. Ja, du kannst auch mehr setzen natürlich. Da muss der andere natürlich eigene immer mehr setzen, weißt du? Jaja, schon klar. Könnte ich machen, aber ich hab selbst zu wenig Münzen, um mir das... Also du hattest nur eine? Nein, ich hatte nur 17 und ich brauche hier noch... Ah, guck mal! Ich kann mir Münzen holen! Beziehungsweise ich kann dir Münzen klauen, du dreckige! Ja, aber du kannst dich auch selber ziehen, ne? Musst du immer... Jaja. Scheiße. Ich hab gar keine 20 Münzen. Donkey Kong. Ja, du wolltest mir noch welche klauen! Ja, eigentlich schon. Du warst auch gerade da, als ich gesprungen bin, aber plötzlich ist er auf mich umgesprungen. Soll ich im Grunde auch immer. Das ist so dreckig wie das Spiel. Ich hasse Mario Party. Wenn du bei Boohoo bist zum Beispiel, dann kannst du dir aussuchen. Ich hasse alle Mario Party, ist ganz einfach. Die 10 ist das einzige, was ich akzeptieren kann. Alle anderen sind scheiße. Das ist das neueste. Ja. Wenn mal 11 rauskommt, dann findest du 10 auch scheiße. Nee, 10 ist die beste, weil dann habe ich den größten Rekord. Auch wenn 11 rauskommt? 10 habe ich den größten Rekord, den ich je gestellt habe bei einem Spiel. Auch wenn mal Part 11 rauskommt? Ja natürlich, weil habe ich ja noch nicht gespielt. Müssen wir einfach in die Mitte zurück oder so. Wir sind schwindelig. Was ist denn? Achso. Achso. Scheiße, was ist das denn für eine Kacke? Wie kann man denn springen? Ja! Toll. Mit A, wie immer! Ist aber nicht gesprungen! Das ist genau deswegen hasse ich dieses Spiel. Das ist sowas von random, da kann man nicht gewinnen. Nein! Wenn man das erste Mal spielt! Ja! Das ist halt, ne? Aber du gewöhnst dich dran. Du solltest eigentlich mit 15 Minuspunkten starten am Anfang. Dann würde ich das überhaupt nicht schon sagen. Man kann mit Handicap starten auch, ne? Ja, genau. Aber gab es das im zweiten Teil schon? Ich weiß es gar nicht. Im dritten Teil gab es das, glaube ich. Weiß ich nicht. Im zweiten Teil das schon gab. Mario Partys hat schon zu viele Freundschaften ruiniert, deswegen spiele ich das eigentlich nicht. Im dritten Teil kann man auch 10 Runden nur einstellen. Das ist dann besser, ne? Dauert das nicht so lange, weißt du? Was ist das jetzt? Das ist ein Kampfspiel. Da zahlt jeder Münzen und am Ende kriegt dann der alle. Ja. Ich zahl nichts. Ja, und kannst dann mit 30 gewinnen. Ja, aber immerhin. Ich hätte wenigstens 10 von dir bekommen. Ja, auch ein bisschen unfair, ne? Wieso? Ist unfair. Ich habe keine Münze. Achso, das ist jetzt hier, kennst du ja noch, ne? A werfen und B musst du aber fangen. Ach, man muss sogar fangen auch noch. Ja, okay. Ja, B fangen. Gut, okay. Ah, das ist am ersten. Als hätte ich es nicht gewusst. Dreckige. Bis einer nur noch übrig ist, ne? Naja, doch klar. Achso, dann koste halt ein bisschen Zeit, wenn du mal nicht fängst, weißt du? So zum Beispiel? Oh, zwischen und beiden? Oh, Mann. Ach, scheiße. Wegen diesem Kack fangen ist das tatsächlich immer. Ja, am ersten Teil musstest du das nicht tun. Ja, ja. Das habe ich dir wirklich gemacht. Ich habe eigentlich vorgehabt, dich auswählen zu sorgen. Oh, Chris, am Ende ist das auch, gell. Warum hast du es dann nicht gemacht? Ja, war ich doch. Aber sie haben ja immer zu mir rüber geschmissen wieder. Ich habe immer auf dich geschmissen nur. Achso, ja. Und die anderen sind dann, ne? Ja, ja. Erst da umgegangen. Achso, du bist dran, ne? Ja, war nur ein Kampf, ne? Ja, nur ein Kampf. Scheiße. Ernsthaft? Du hast doch nichts. Jetzt, wo ich keine... Doch, natürlich habe ich was. Neue Münzen habe ich jetzt. Und jetzt verliere ich sie wieder. Naja, vielleicht kriegst du auch die Bowser-Revolution. Was ist das Bowser? Münz-Potpourri? Potpourri. Klasse, wieder Spaß. Alle vier Spieler gegen mir Münzen. Auf geht's, jeder von mir 20 Münzen. Was sollen alle fallen? Oh, du hast immer noch genug. Scheiße. Ja, ich kann mir immer bestellen leisten, gell? Dreckiger. Allerdings musstest du alle Münzen verdienen. Verrückte Holzfäller. Wer ist in deinem Team? Hast du geguckt? Nein, habe ich nicht. Danke, ich komme kurz. Du bist auch froh, dass du mich mit mir willst. Zeig mal, wie geht's. A ziehen und B drücken, gell? Also muss man beides drücken, ne? So, ich will mal B. Also, ich will mal abwechseln. Was machst du denn? Ah, du blödes Vieh! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, was ist denn das hier? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Da sieht's echt gut aus. Ah, das ist doch kacke! Ja, ich musste auch erst mal gucken, wie das ging. Ich dachte, jeder hat eine eigene Taste. Ja, ja. Ja! Du Lecker! Oh, ganz ehrlich. Dass ich nicht den Controller durch den Bildschirm schmeiße hier. Ich hasse Mario Party. Ja, guck mal, ich muss auch wieder fünf sein. Oh Gott, fünf Münzen! Dafür sind jetzt 50 drin! Wenn du jetzt einmal da drauf hörst, nicht 50 Münzen! Ja, ich bin so weit weg, ich komme nachher nicht hin. Vergiss es! Hat Mario überhaupt seine eigene Stimme? Ich glaube schon, ne? Mario, ja klar. Mario hat eine Stimme. Ja, und wie lautet sie so? Das ist so ein... Und Donkey Kong? Ja! Und Peach? Peachy! Und jetzt auch Luigi! Das ist... It's me, Luigi! Ja, das war Mario. Nein, das ist... It's me, Mario! Ja, so englisch, ne? Okay. Ne, Luigi spricht doch Italienisch meistens. Ja? Ja, die einzige deutsche Stimme, die er hat, ist... Mario, das sieht doch nicht aus wie du. Das ist so meine eigene Stimme gewesen. Ja, okay. Das ist so meine eigene Stimme gewesen. Und zum Bowser! Ah! Hat er auch gemacht. Also, Donkey Kong, du schuldest Bowser noch drei Münzen. Ja, die kriegt er aber auch nie. Ich hatte nur neun Münzen und ich hätte zwanzig bezahlen müssen. Neun. Neun, neun, neun. Boah! Boah! Da kann ein Stern drin sein. Hätte auch ein Stern drin sein können. Ja, aber Münzen brauche ich erstmal Dringe da. Ja, drei. Aber er ist sofort Erster geworden, wenn er einen Stern gehabt hätte. Und er hätte es eben sonst gekriegt. Ja, ja, das auch. Aber dann hättest du mir den wieder gekauft, du dreckiger Bastard. Ne, brauche ich 15 Münzen. Oh, kleiner, dreckiger. Hab ich ja nicht. Ja, aber ich bin mir sicher, du hättest... Das ist auch ein cooles Spiel. Hä? Wir müssen immer in die andere Richtung gucken, wo Donkey Kong hinguckt. Du darfst nicht in die selbe Richtung gucken wie Donkey Kong. Ach so. Okay. Also egal welche Richtung, aber Hauptsache anders als Donkey Kong, der über uns schwimmen würde. Ja, aber üben brauchst du nicht, ne? Ne, ne, ist okay. Ja. Weil ab dem zweiten Teil ist Üben eingeführt worden. Okay. Kannst du auch das vorher üben. Ja, aber erst kommt mit Musik. Am Ende musst du dann die Richtung drücken, ne? Wenn die Musik abgelaufen ist. Ach so, okay. Ja, haben alle geschafft. Fünf Runden, ne? Ja. Ist einer nur Übungszeit wieder. Du kannst auch geradeaus gucken theoretisch. Ja, ja. Ich weiß. Einfach nicht bewegen, ne? Da, einer schon draußen. Ja, wir sind ja ein Team, ne? Ja, ja. Egal. Einen Runden müssen wir überlegen. Wenn wir beide in die selbe Richtung gucken, geht's auch schlechter. Sollten wir uns vielleicht überlegen. Jaja. Einer guckt nach rechts, einer guckt nach links. Oder nach unten nach oben. Ja. Ja! Wir haben gewonnen. Ja. Dank meiner Wenigkeit, ne? Ja. Aber ich kriege auch was. Jaja. Ja, und verdienterweise... Ja! Zehn Mützen. Ich hab's auch nötig. Ja, genau. Die mit 46. Letzten zehn Runden. Wie bist du denn überhaupt nach dem Delfin gekommen? Ich bin auf dem einen blauen Feld da oben stehen geblieben. Ach so, du musst dann da drauf stehen bleiben. Du musst da drauf stehen bleiben, ja. Ach, Kaito, wir sind nicht mehr Erster. Du bist nicht mehr Erster, das ist mir egal. Jeder andere kann von mir aus gewinnen, nur du nicht. Ja, okay. Hast du meine Botschaft verstanden, oder? Ja. Oh, guck mal, jetzt ist der Stand da, wo ich gleich hingehe. Oh, ist das schön. Hast du überhaupt 20 Münzen? Ja, hab ich. 21 oder 23 hab ich sogar. Ja, aber gleich kommst du am roten Feld, da hast du sie gleich gegeben. Nein. Nicht unbedingt. Ach so, wenn man einen Stern einnimmt, ist der jetzt Baby Bowser, ne? Hab ich schon gedacht. Ich weiß nicht, ob man da 14 Münzen bezahlen muss und einen ungeächten Stern. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach so, er ist da drauf. Ach so, da muss man sogar, ne? Und keine Wahl, ne? Was? Ach so, bei einem Hi. Ja, man muss dann rüber. Ne, ich glaub man kann auch Nein sagen. Keine Münzen abgeben, ne? Keine Münzen wird man nicht rübergebracht. Er ist doch direkt rübergegangen. Ja, aber weil er gewählt hat, da war was von Ja, stand da gerade. Du konntest es auch wählen? Ja, ich konnte auch wählen. Ach so, okay. So, bitte jetzt eine hohe Zahl hier, damit ich hier wegkomme. Möglichst von der Brücke runter. Ja! Nein! Du machst jetzt aber jetzt so wieder vorm Stern, ne? Hm? Was? Ja, ja, ich weiß. Was ist das? Jump'n Todd. Ne, mal gespannt, was das ist. Ach so, da müssen wir immer, äh... Ah, springend. Immer, äh, Todd erwischen, ne? Hä? Ja, ein Todd-Symbol ist da. Da musst du immer erwischen, damit du eine Stufe höher kommst. Da sind wir immer schneller. Ja. Na, verdammt! Au! Ja! Ach, fick dich doch mit deinem Scheiß, verdammt! Nein! Ja, genau! Ich bin jetzt immer schneller! Nein! Ah, fuck! Nein! Ah! Yes! Scheiße! Ja! Ja! Freistand! Ja! Donkey Kong hat gewonnen! Nein! Scheiße! Ah! Willst du einen Pullo brauchst du? Ah! 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 Ach so, geht noch eine Runde? Wie geht das noch? Ja, fünf! Ach so! Ich dachte, es wäre schon vorbei! Bei vier Runden! Nein! Ja! 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 Du Dreckiger! Ja! Ja! Ich dachte immer, bis der letzte war! Deswegen! War wohl hier nicht so, ne? Nicht auf ein Warnzeichen! Oh Gott sei Dank! Ähm... Du kleiner Trittiger! Müller, damit da keiner durchkommen hat, ja! Doch, dann musst du dich zu Münzen mitzahlen, kommst du! Ja! Oh Gott sei Dank! Ich hab doch genug Münzen! Ich dachte, jetzt kommt er aufs Fragezeichen, wir werden alle runtergeschossen von der Brücke! Ach so, hinten dann auch, ne? Ja, ja! Nein! Nein! Waren du Foto hast! Und wir sind alle wieder im Schiff! Dann lass es im Wahrsein! Ich hasse dieses Spiel! Huh! Jo, das hast du nicht mir zu verdanken, ne? Ja... Doch, du hast auf Normal gestellt! Äh... Sollten wir auf Light stellen! Wer hat auf Rad gestanden, wäre nicht da drauf gekommen, der Idiot! Ach! Jetzt beschwerst du dich, oder was? Ja, jetzt beschwer ich mich! Du wolltest doch nicht, dass es auf Hard ist! Mann, ich will auch noch auf ein müßliches Feld kommen! Das ist glaube ich ein Item, wenn ich spiele, ne? Ist das glaube ich? Da gibt's ein Item in Irgendwinn! Panzerschlacht! Das ist doch immer deins! Das ist nur abschließen! Panzer! Ja! Hauptsache ich kann auf die Menzler schießen! Mhm! Wie, wie, wie? Zeig mir die Steuerung! Also, gerader Schuss ist, sagen A! Bodenschuss ist B! Bodenschuss? Hell! Ja, wahrscheinlich so da oben! Ziele fassen! Ah! Okay! Ziele fassen! Okay! Aber ob jeder drei Herzen hat, oder so! Du musst alle abballern! Zwei Herzen! Ja! 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 Ich hab' ich auch noch geschossen am Ende! Ja klar! Ja, muss ja! Ich muss ja! Aber zuerst dich tönen! Ne! Ich glaub' ähm, Mario ist zuerst gestorben! Mario ist zuerst, ja! Mario! Aber das hast du mir ja abgenommen! Da musste ich mich ja noch nicht drauf bemerken! Ja! Genug tun! Aber wir sind alle wieder hier, glaub' ich! Noll, da ist schon einer gegangen! Also doch! Zwei schon? Achso! Ja klar! Wir sind alle hier gestartet! Ja, wir sind alle hier gestartet! Boah, dafür bin's denn jetzt schon da drin, ey! 60? Woll' ich nicht! Ich hab' immer so drei bezahlt! 53! Alter, verlassen! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3, 4, 5! Ich brauch' auch 5 Fälle da am Ende zu kommen! 58 Münzen oder das? Brauch' man sicherlich! Das wär' geil! Das wär' verdient! Boah, da hast du ja über 100! Das wäre verdient! Nee! Du musst aber dann trotzdem nicht erst! Du kannst auch 500 Münzen haben! Ja, ja! Aber ich krieg' dann den Bonus still am Ende! Für die meisten Münzen! Ja! Ja! Das ja! Du musst dann 5 haben! Scheiße! Egal! Dann komm' ich am weitesten mit! Auf Bowser! Scheiße! Wir haben immer Bowser! Ich hab' immer so weitesten gekommen! Du hast recht! 20 Münzen für Bowser! Sternendiebstahl! Sternendiebstahl! Ich hab' sowieso keine! Bowser-Revolution! Oh, scheiße! Was ist das? Münzen gerecht aufteilen! Oh, das ist ja gut! Hab' ich da mehr oder weniger? Weiß ich nicht! Oh, scheiße! Ich hab' weniger! Ja! Ich auch! Also war's doch schlecht! Ja, Bowser-Revolution ist immer scheiße! Wenn man mehr als Null Münzen hat! Ja, wenn du wenig Münzen hast, ist das gut! Wenn du mehr als Null Münzen hast, ist das immer scheiße! Toad's Big Band! Toad's Big Band! Oh, kackig! Hast du diese Big Band-Scheiße! Big Band?! Ja, grundsätzlich diese Musik-Scheiße! Äh, musizieren? Was muss ich denn da überhaupt machen? Einfach das Instrument spielen! Wie Toad's dir angibt, wahrscheinlich! Ach so! A drücken also nur! Ja, genau! Was spiel' ich? Klarinette, glaub' ich! Ja, siehst du? Klarinette! Ich bin Trommeln! Hast du das Team? Oder was? Ne, alle gegen alle, ne? Ach so! Also das ging aber ziemlich schnell bei uns! Ja, ja! Du hast Probleme, sehe ich gerade! Ja! Was machst du denn da? Spiel vernünftig! Ich will nicht da mit wegen verlieren! Mit wegen einem Team? Ja, ich glaub' schon! Ich! Ja, die haben gewonnen, war klar! Ja! Ja, das ging doch mal ziemlich schnell bei uns! Die haben's doch sogar noch gesehen links, ne? Ja, ja! Aber die haben's doch auch gesehen! Ja, aber bei uns ist es später erst gekommen, ne? Da war's bei denen schon laufen! Ja, ja! Unfair! Ja, ja! Computergegner, sag' ich ja! Ganz einfacher! Die tun so! Die tun so, als ob! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Was denn? Dein verdammtes Glück! Ja, ein altes Miggi-Spiel ist das! Was ist da los? Ja, was würde ich denn haben? Mal schauen! Soll sich einer von diesen Teleporter-Blöcken? Was ist das hier? Ach nee, er ist jetzt das hier! Damit man einen Mitspieler per Sofa-Sinzessive enthält! Duell-Handstuhl! Wirf den Handstuhl voll! Alter Scheiße! Mach' ich Wartblock! Wartblock will ich haben! So, da muss ich also mit Wartblock werden! Ganz rechts! Wo hast du? So hier! Ich hab' mir gemerkt, dass ich nicht da nicht hin! Möcher 5! Ach B drücken! Ich hab' eh einen Angriff! Verdammt! Ich dachte, ich schaff's nicht so, Bosa Junior zu locken! Ich hab' mir Bosa Junior auch gar nicht gemerkt! Im Buskey, wo der war! Doch! Ich will das gemerkt! So, um dich da hinzulocken! Ich hab' mir Wartblock ja immer! Weil ich ja das Alter haben wollte! Und kein anderes! Komm' nochmal Bosa's Revolution! Ja, aber da krieg' wir uns schon noch wegen der Münzen, wenn ich's habe! Wieso werden wir schon ausgerechnet, wie der mehr Spunk gehabt bist du! Wie? Ich hab' doch nicht genau so vieler wie du! Ich mein' 23! Ja, du auch! Du warst 26! Nee, oder? Doch, ich glaub' schon! Nee, wir haben doch beide gleich viel! Hä, warum hast du nur 23? Ja, weil es doch aufgeteilt worden ist! Und ich bin da auf ein grünes Feld gekommen! Ach so, ja stimmt! Und dann krieg' ja keine Münzen! Und dann krieg' ja keine Münzen! Ja, du fragst mich! Wieso soll ich schon mehr haben? Weißt du? Ja, ich hab' ja gehofft! Als du da drauf gehst! Kannst das Mini-Spiel? Nee! Ereignis, oder? Das Mini-Spiel kannst! Zahlt jeder 10 Münzen! Ich hab' ja auch mal 40 Münzen! Wenn ich sie hier! Ein gewisser Herr, der nicht zahlen will! Weil eine gewisse! Du bist da und mir ständig Geld auszockt! Yo! Jetzt willst du es ausschneiden! Bist du gut im Ausschneiden? Diese Kacke schon wieder! Wo bin ich? Okay! So! Muss auch kommentieren, Kaito! Fresse! Ich seh' lauter Pietschen, gibt's mehr, ey! Ich bin der Hammer! Oh! Ich ausschneiden! Machst du das gerne? Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig! Auf jeden Fall! Ja! Bin ich Pietsch! Die hat schon den Arsch gehabt, ey! Da bin ich nicht so gesehen! 76! Ja! Also, er hat beigekommen! Offensichtlich! Ach du, ich glaub' man brauchte 70, um das auszuschneiden, glaub' ich! War auch immer so! Weiß ich nicht mehr! Ich hab' mein Bestes gegeben! Aber vielleicht krieg' ich auch eine Münze! Manchmal kriegt der Lächste auch eine! 20 Münze! Aber manchmal auch nicht! Manchmal ist es so, dass dann sogar der Dritte nix kriegt und der Lächste eine Münze! Das ist manchmal auch so! Weißte? Ich hab' am meisten verdient! Ganz ehrlich! So'n Dreckpech, wie ich habe hier bei diesem Scheißspiel! Achso, du bist da, ne? Ich bin da, ja! Item 9! Ganz ehrlich! Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr! So! In den letzten paar Runden! Warte! Warte! Der große Knall! Magneto-Scouter! Was ist denn der große Knall? Ich will's nicht wissen! Das klingt versaut! Versuch' mit dem Magnet an euren Fahrzeugen die Münzen und die Schatztrohne zu bauen! Oh, das ist schon steuerer, glaub' ich! Vorwärts bewegen, unten bewegen, links-rechtsrichtung! Okay! Okay! Zwei! Eins! Go! Was ist das denn? Fick dich! Fick dich! Geh doch aus dem Weg! Was ist das denn für eine scheiß dreckige Bewegung hier? Was ist denn das? So! Au! 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 Gott sei Dank! Au! Au! Ich sag' die Münzen mit dem Spiel! Jeder kriegt alles! Keine Ahnung! Jeder kriegt das, was er eingesammelt hat! Ja! Also ist doch egal! Ja! Aber hätt' es gerne mehr gehabt? Ne! Das reicht schon! Die Steuerung war einfach nur dreckig! So! Dann... Machen wir ne Pause! Ja! Würde ich sagen! Bis dahin! Euer Keite und... Und die Münze! Ciao!